Sonnigen guten Morgen hier aus Fürstenfeld. Ich befinde mich hier bei der Firma Hellweg. Vor mir ist der Thomas Schober, der Filialleiter. Thomas, wie ist das Gefühl, nach so langer Zeit, nach dem ganzen Hin und Her mit dem Grundstück und den Anreinern, heute hier den Baumarkt eröffnen zu können? Wunderschönes Gefühl. Herzlich willkommen allen Kunden in Fürstenfeld. Wir freuen uns sehr, dass wir hier vor Ort sind und wir wollen den Servicegedanken in Fürstenfeld stärken und wir sind gerne für unsere Kunden da. Super. Ich bin vorher durchgegangen, Thomas, und habe gesehen, dass ihr relativ für Baumärkte sehr viele Bedienpersonal hier habt. Hebt euch das von anderen Baumärkten ab? Bei uns steht definitiv der Servicegedanke im Vordergrund. Der Kunde soll merken, dass die Mitarbeiter präsent sind und dass die Mitarbeiter für den Kunden da sind. Das ist das Wichtigste. Super, Thomas. Dann hoffe ich, es bleibt auch so. Ich mache jetzt einen Rundgang, mache ein paar Bilder und informiere unsere Kunden und unsere Zuseherinnen und Zuseher auf HF News und wünsche dir und deinem Team alles Gute. Dankeschön. Danke sehr. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020